Oh oh, bei Meditation gibt es so viele Dinge, die man verkehrt machen kann und aufgrund dessen als Anfänger dann einfach wieder aufhört zu meditieren und das Gefühl hat, das ist nichts für mich. Damit dir das nicht passiert, gibt es dieses Video mit drei wesentlichen Tipps von mir, damit deine Verbindung zwischen dir und deiner Meditation so ist und du richtig deine Meditation und die Wirkung der Meditation genießen kannst. Mein Name ist Kornow, ich bin Qigong-Lehrer hier seit 20 Jahren in Deutschland und auf YouTube auch seit neuestem und Autor des Buches Qigong für Dummies. Also ein bisschen kenne ich mich mit der Materie aus und wenn du magst, kannst du auch gerne diesen Kanal hier abonnieren, dann bekommst du regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Qigong, Entspannung, Meditation und Gesundheit. Also, das ist doch was. Legen wir los mit, nee, wir legen noch nicht mit Tipp Nummer 1 los. Aber mit einem, sagen wir es mal so, Zusatztipp oder erstmal einer Grundeinstellung, bevor wir zu den Tipps kommen, die ist auch ganz wichtig. Ein super Tipp und zwar eine Frage, die du dir stellen kannst. Was willst du von Meditation eigentlich? Das ist eine gute Frage, aber ich gebe dir schon gleich die Antwort dazu. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum du meditierst, aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass du die Meditation genießt. Dass es für dich ein Genuss ist. Ein Genussmittel. Das ist aus meiner Sicht schon der größte Zaubertrick, bevor wir überhaupt zu den drei Tipps und Tricks kommen. Das ist aber jetzt nicht direkt ein Tipp, sondern einfach eher, dass du dir das bewusst machst und nochmal genau überlegst, wie kannst du meditieren, wie kannst du dir deine Meditation zurechtbiegen und einrichten, dass du dir auch wirklich genießt. Denn, jetzt ist ja die Frage, warum genießen? Muss doch keinen Spaß machen. Hauptsache, das ist gut für mich. Ja, das ist gut. Wenn du das nur drei Tage machst, dann kommt, egal, wie eine Medizin. Ist bitter, macht keinen Spaß, macht man. Wenn du aber Meditation regelmäßig für immer machen willst, weil du merkst, das ist was, was ich in mein Leben integrieren möchte, dauerhaft, dann muss dir Meditation auf einer gewissen Ebene Spaß bereiten und das Gefühl vermitteln, dass du das genießt, dass du dich richtig danach sehnst, auf deinen Meditationsplatz zu kommen, dich hinzusetzen und die Stille zu genießen. Und damit das besser klappt, dafür kriegst du heute drei Tipps von mir. Und jetzt legen wir los. Also, du bist soweit, deine Voraussetzungen stimmen, du bist voll in der Stimmung dafür, Meditation zu genießen und dann legen wir los mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist, fangen wir gleich mal an bei deiner Körperhaltung. Und zwar, normal, egal, ob du jetzt Qigong-Meditation machst, Yoga-Meditation, Zen-Meditation, es gibt ja diesen klassischen Meditationssitz. Entweder, wie Paule da hinten, auf der Meditationsmatte, auf dem Meditationskissen, auf dem Boden, oder, ich zeige mal mich hier, auf dem Stuhl, auf der Stuhlkante, ohne Lehne, nicht angelehnt, aufrecht sitzend, beim Qigong sogar dann mit den Füßen so hüftbreit voneinander entfernt. Also, nicht so sitzen, nicht so sitzen, sondern, dass beide Füße einen festen, ich zeige das noch mal, dass beide Füße einen festen Kontakt zum Boden haben. Das ist auch noch nicht der Tipp, wie du sitzen sollst, nur, dazu habe ich noch ein ganz eigenes Video, die verschiedenen Sitzhaltungen, alles ist okay, es geht hier nicht darum, dass du lernst, auf dem Stuhl oder da zu sitzen, sondern, um das aufrechte Sitzen. Denn, bei fast allen Meditationsmethoden wird darauf bestanden, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Und das ist zunächst auch erstmal gut, also, ich zeige es jetzt mal von der Seite, wenn du so meditierst, kann man auch machen, zusammengesunken, mit eher einer, zusammenge-, mit einer gebeugten Körperhaltung, oder das andere Extrem, ich muss mich wieder zurückrücken, damit du es richtig sehen kannst, das andere Extrem ist halt Kerzengerade. Und genau von diesem Kerzengerade, das kannst du mal jetzt probieren, falls du irgendwo sitzt, dass du dich wirklich, ich nenne das immer preußisch, so soldatisch aufrichtest, Kinn zurücknehmen, Nacken strecken und wirklich perfekt aufrecht sitzen. Und es gibt viele Lehrer, die verlangen das von ihren Schülern und sagen, du musst Kerzengerade sitzen, damit das Qi richtig fließen kann, sei es Kundalini durch die Chakren durch, aber auch beim Qigong gibt es das auch, dass einige Lehrer darauf bestehen oder einige Meister. Und jetzt kommt der Trick Nummer 1, du sitzt nicht Kerzengerade, denn wenn du so sitzen musst die ganze Zeit, das ist so wirklich wie früher in der Schule, wenn du was gemacht hast, also vor 100 Jahren in der Schule, du musstest in der Ecke dann irgendwie stramm stehen oder so, das ist wie eine Bestrafung und nicht wie eine Entspannungsübung oder Gelassenheitsübung. Und selbst wenn du weißt, ah, das soll mir gut tun, deine Körperspannung, dein Körpergefühl sagt die ganze Zeit, Alarm, Alarm, ich fühle mich hier gar nicht wohl, das ist viel zu anstrengend und viel zu verkrampft, so perfekt aufrecht zu stehen. Daher mein erster Tipp zur aufrechten Körperhaltung, damit du eine aufrechte, aber lockere Körperhaltung bekommst beim Meditieren, richte dich einmal komplett auf, also wirklich ganz gerade und dann lass mal gefühlt so 10-15% locker. Und dann sitzt du immer noch ganz aufrecht, aber entspannt. Das heißt, wenn du zu viel Körperspannung in der Meditation hast, dann wird das anstrengend und nach spätestens 2-3-4 Minuten tut dir der Rücken weh und dann denkst du, nee, das ist alles wie Folter. Vielleicht kennst du das, vielleicht ist dir das passiert. Daher dieser Tipp, dieses lockere Sitzen, da merkst du gleich, da sagt man im Qigong, das Qi fließt viel freier, viel besser, wenn nicht zu viel Spannung im Körper ist. Und das wäre mein erster Tipp. Der zweite Tipp, der richtet sich an Atemtechniken. Das heißt, Meditation kann ja vieles bedeuten. Du sitzt ja nicht einfach nur da, das gibt es auch als Meditationsübung, einfach nur da sitzen, egal was passiert, sondern bei den meisten Meditationsarten hast du ja dann eine Übung. Etwas, worauf du dich konzentrierst, damit du nicht innerlich durchdrehst, sondern was zu tun hast. Und das sind meistens Atemtechniken oder Dinge, die du visualisierst. Und da ist dann auch von den meisten Lehrern der Anspruch, also ich schiebe den schwarzen Peter da mal nicht dir zu, sondern eigentlich fast immer den Lehrern, die haben Schuld, weil die komische Ideale setzen, wie man zu sein und zu meditieren hat. Und wenn das zu dir nicht passt, dann denkst du, ah, die Übung, die Methode ist nichts für mich. Anstatt, dass man sich ein bisschen gefühlvoller dieser Technik und der Methode annähert. Und so auch den Atemtechniken. Als Beispiel, der Klassiker ist einfach als Atemtechnik, dass du, das ist auch beim Shigong so, durch die Nase einatmest und gedanklich nicht in die Lunge, sondern gedanklich in den Bauch atmest. Das ist bei sehr vielen Meditationsarten so. Zum Dantien oder im Japanischen heißt es dann Hara, in den Unterbauch atmen und dann wieder geräuschlos durch den Mund ausatmen oder durch die Nase. Das ist so der Klassiker. Aber das kannst du mit jeder Atemtechnik machen. Mein Tipp Nummer zwei ist, wenn du diese Atemtechnik hast, was macht man dann damit? Natürlich, man setzt sich hin, okay, ist jetzt nicht mehr krampfhaft aufrecht. Tipp eins, check und macht jetzt den zweiten Tipp und zwar, du atmest deine Atemtechnik. Und da die Atemtechnik nicht deiner natürlichen Atmung entspricht, so wie wenn du einfach so da sitzen würdest, entsteht da so eine Dissonanz, die größer oder kleiner ist. Wenn du eh schon tief atmest, dann ist das angenehm. Wenn aber deine natürliche Atmung, die du gerade hast, wenn du da die Atemtechnik draufsetzt und das passt gar nicht zusammen, dann fängt deine Atmung an zu stolpern. Du kommst außer Atem, obwohl du dich nicht sportlich betätigst und es entsteht irgendwie ein Chaos im Inneren. Und das passiert, wenn du einfach diese Atemtechnik plupf drauf pflanzt auf deine Atmung und du zwingst dich dazu, fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde so zu atmen. Das kann die Hölle auf Erden sein, macht man einmal und nie wieder. Schade. Und wir machen es schlauer und zwar meine Erfahrung aus 20 Jahren Kurs- und Seminararbeit ist bei Meditation, dass du nicht einfach zehn Minuten so atmest, sondern du atmest immer nur einen Atemzug und dann ein paar Atemzüge wieder ganz normal. Dann wieder einen Atemzug mit deiner Atemtechnik, mit deiner Meditationstechnik und dann wieder ein paar Atemzüge normal. Und wenn du merkst, du kommst gut rein, dann machst du mal zwei Atemzüge hintereinander und dann wieder normal atmen. Und so baust du das langsam auf und gewöhnst dich daran. Und auch wenn du schon drei Jahre lang meditierst, empfehle ich so die ersten Minuten, den Atem aufzuwärmen, als Aufwärmtraining für die Atemmeditation. Dass du also dann auch die ersten ein, zwei Minuten erstmal so den Atem, die Atemtechnik ein, zweimal machst und dann wieder normal atmest, spürst, was macht das mit mir? Ein ganz großer Tipp von mir. Und nun kommen wir zu Tipp Nummer drei. Auch ein wesentlicher Tipp, den ich mir nicht einfach so ausgedacht habe, sondern der ist einfach aus 20 Jahren Kurserfahrung, dass ich immer wieder Feedback bekommen habe, wo es denn eigentlich hakt beim Thema Meditation. Und das dritte ist die Länge deiner Meditationseinheit. Und da überfordern sich die meisten, weil dann steht irgendwo eine Studie, ah, 20 Minuten Meditation mindestens, damit gewisse Dinge im Gehirn stattfinden, von innerem Gleichgewicht und so weiter, damit das richtig wirkt. Gibt es so eine Studie, muss man mindestens 20 Minuten Meditation machen. Und das ist für die meisten zu viel, eine Überforderung. Und du sitzt dann da und sitzt da und sitzt da, hast innerlich mit deinem Geist, mit deinem Herz gar keine Verbindung mehr zu der Übung. Es überfordert dich, du bist müde oder du atmest nicht richtig und du musst dich dazu zwingen, weiter auf dem Platz zu bleiben. Das führt dazu, dass aus der Meditationsübung eine reine Disziplinsübung wird, eine Disziplinübung wird. Und es nur noch darum geht, ob du deinen inneren Schweinehund überwinden kannst und ob du die nötige Disziplin hast, dich alleine zu Hause hinzusetzen und was zu tun, was sich nicht gut anfühlt. Wo du hoffst, irgendwann kommst du da mal rein. Hm? Sind wir auf einer Linie? So, und bei dieser Geschichte ist es so, dass ich dir empfehle, sei wie ein Baby. Wie ein Baby und die Meditation ist die Mutterbrust. Und du stillst dich, im übertragenen Sinne auch, du stillst dich mit der Meditationsübung. Aber wenn du genug hast, dann lässt du von der Meditation ab. Und das kann bedeuten, dass du in den ersten Tagen und Wochen nur zwei, drei, vier, fünf Minuten meditierst. Und ich würde schon empfehlen, so als Minimalding drei Minuten, würde ich schon empfehlen, auch wenn es erstmal nicht angenehm ist. Das ist meine Erfahrung, das kann man sich zumuten. Das ist nicht zu sehr Folter. Aber nach den drei Minuten, jeden Tag wirklich open end, dass du wirklich sagst, ich darf hier jederzeit gehen, wenn ich merke, dass ich keine Verbindung zu der Technik habe. Und das sorgt dafür, dass du die Meditation als großen Schatz betrachtest und nicht als Pflichtübung, sondern dass du es wirklich so siehst, die Meditation, die ist nicht abhängig von dir. Das ist was, ja, wenn du sie nicht machst, das Leben geht weiter draußen. Aber wenn du dir diese Freiheit lässt, in der Länge der Meditationseinheit, selbst wenn du sagst, ich will jeden Tag diese klare Struktur, 15 Minuten Meditation, dann geht es mir besser. Lieber nicht so roboteresk, sondern lieber in Verbindung mit dir bleiben. Und dann sind 5 Minuten Meditation hundertmal wirksamer als 20, 30 Minuten Meditation, wenn du in der ganzen Zeit in Verbindung mit dir bist und dir diese Freiheit lässt, dass du sagst, sobald ich spüre, das ist für heute genug, gehe ich von der Mutterbrust, von der Meditation weg und morgen geht es weiter oder ein paar Stunden später kann man es nochmal probieren. Das ist also mein Tipp Nummer 3. Und wenn dir diese Tipps gefallen haben, habe ich schon am Anfang gesagt, abonniere gerne den Kanal, denn davon gibt es ganz viele auf dem Qigong-Club. Selbst wenn man keinen Qigong macht, sondern andere Arten von Meditation oder körperlichen Übungen zur Entspannung, zum Stressabbau. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist und dann gibt es noch den allerletzten Bonustipp von mir. Wenn du sagst, das ist zwar ganz schön hier, alles mit Meditation, aber das größte Problem ist, im Kurs klappt es gut, bei mir zu Hause nicht so gut oder alleine sich hinsetzen zu müssen, ohne Anleitung, dann überleg doch mal, ob du den Online-Kurs von mir käuflich erwerbst auf Podia. Ich setze dir den Link unten in die Beschreibung. Der Kurs heißt Meditation lieben lernen und da geht es nämlich genau darum, dass ich dich an die Hand nehme und Schritt für Schritt in 10 Kurseinheiten du langsam lernst, wie du am besten meditieren kannst und dass das mit dir und der Meditation auch was wird. Ganz wichtig. Das kann ich dir ans Herz legen. Noch drei Tage, meine ich, gibt es diesen Kurs zum Einführungsangebot für knapp die Hälfte, 50 Prozent runter. Greif zu, wenn du Bock hast, jetzt mit Meditation anzufangen. Es ist eine gute Zeit, in der wir gerade sind für Meditation. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Morgen geht es nochmal um Meditation. Bis dann. Ciao. Ciao.